Trostenkapelle Leasing Grüße ich mich an die Trostenkapelle Leasing, begrüßen uns herzlich für die Trostenkapelle Mauten und für die Nominierung, dass wir hier bei dieser super Schicht mitmachen dürfen und nominieren in diesem Zuge die guten Blechdreckers, die heuer an uns zum Lahnfest zu Gast sind. Musikkapelle Obertilia und der Musikverein Maria Sol. Und jetzt anspüren wir unseren traditionellen Marsch von dieser Kreuzweg. Applaus 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 Applaus